Ich habe mich mit dem Tennisclub Ochtrop beschäftigt und habe da geschaut, welche Schichten in dem Tennisclub zu welchem Zeitpunkt dominieren waren und wie sich der Tennisclub im Laufe der Zeit verändert hat. Ja, es war einfach der Bezug von Sport und Gesellschaft, weil ich mir hier vor allem in Ochtrop. Wir sind sehr ländlich gelegen, wie ich vorstellen konnte, wie manche Menschen aus dem Tennisclub Ochtrop bewusst ausgegrenzt worden sind. Ja, es war so, dass Tennis elitär war. In Ochtrop hatte man sich sehr abgeschottet. Man musste Mitglied der Gesellschaft Erholung sein. Das ist ein Feierverein für die oberen Zehntausend gewesen. Dass es solch ein Privileg war, hatte ich auch zunächst gar nicht gedacht. Aber es gab zahlreiche Hürden, also sowohl gesellschaftlich als auch materiell. Also ich hatte die ganze Zeit ein Gefühl von Unsicherheit während der Arbeit, weil ich ja zum einen bei den Quellen immer gezweifelt habe, ob ich überhaupt noch das Richtige finde, ob das jetzt Sinn macht, was ich da schreibe, ob das passt. Dass sie sich da dann durchgearbeitet hat, dass sie sich auch wirklich sehr akribisch vorgegangen ist, sehr methodisch dabei vorgegangen ist. Und auch den Zeitaufwand, den sie da betrieben hat, das war echt aller Bonheur, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein breites Spektrum, wo aus den verschiedensten Perspektiven diese Forschungsarbeit dann sozusagen woraus sie entsteht. Und das macht sie eben auch so wertvoll als Forschungsleistung. Ich habe mir dann auch festgestellt, dass auch anhand eigener Erfahrungen das Klischee vom elitären Tennis immer noch teilweise geblieben ist und es in Ochtub einfach auch Sportarten wie Fußball, Handball gibt, die den Begriff Breitensport uneingeschränkter verdienen, als es der Tennis-Sport tut. Ich bin ein tolles Regulier, ich habe es ja sehr wenigstens zu stehen. Ich kiffe mich noch nicht, dass ich mich noch nicht in diesemacke,